Wir haben die ersten Bilder zum epischen neuen Lego Ninjago City Gardens Modular, wir haben die Bilder zu The Eternals, den Sets, die da von Lego zu herauskommen, sowie auch noch zu einem weiteren Star Wars Set. All das in dieser News-Folge. Los geht es! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zu BrickStory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir die ersten Bilder endlich zu weiteren 2021 Set-Neuheiten, unter anderem zu The Eternals. The Eternals ist ein Marvel-Kinofilm und gehört auch zum MCU. Deshalb freue ich mich persönlich drauf. Ich finde die MCU-Reihe unglaublich gut gelungen und hoffe auch, dass die Lego-Sets jetzt das werden... Ach, weiß ich noch nicht so ganz. Also es wirkt sehr, sehr strange, wie auch damals bei den Guardians of the Galaxy Sets. Das nur mal vorneweg gesagt, aber die Guardians of the Galaxy Sets waren dann, nachdem wir den Film gesehen haben, auch echt gut. Das würde ich so als Zusammenfassung sagen. Erstmal haben wir hier das erste Set, Eternals Aerial Assault. Das erscheint dann hier für 13 Dollar. Das sind, glaube ich, kanadische Dollar. Wir haben den Euro-Preis für Deutschland leider noch nicht. Ich würde hier mal aber auf so 15 Euro schätzen. Da sind zwei Minifiguren mit dabei. Sprite und Icarus. Sprite erinnert mich an ein Erfrischungsgetränk. Was auch immer. Vielleicht haben die da einen Zusammenhang. Ich kenne die Charaktere noch nicht. Vielleicht, wenn ihr die Comics gelesen habt, erkennt die ihr. Nach dem Film auf jeden Fall werden wir da mehr wissen. Und hier ist halt noch so eine Art Demon oder sowas mit dabei, was der halt noch fliegen kann mit so Spitzen an den Flügeln dran. Es sieht ganz nett aus, aber wenn ich mir da alte 15 Euro Sets von Marvel angucke, wie zum Beispiel das Seppnet Captain America oder das Iron Man Set, was auch 15 Euro gekostet hat, da kann das noch nicht so ganz mithalten. Weiter geht es dann mit dem Divinant Ambush. Dieses erscheint, denke ich mal, für so 20 bis 30 Euro. Hier sind dann drei verschiedene Minifiguren mit dabei. Gil, Glamesh, Sena, Makari und ein Deviant. Und so nennt sich wohl dieses große Wesen, was hier ist. Erinnert mich ein bisschen an das Tier aus der gynoseanischen Arena von Star Wars. Ich denke, das wird man alles genauer erfahren, wenn es dann wirklich zum Film kommt. Ich muss aber ehrlich sagen, für Marvel-Sets sehen die beiden ersten schon relativ abwechslungsreich aus. Die sehen nicht nach diesen Standardsachen aus, die es halt sonst gibt. Der zehnte Truck von Spider-Man und sowas. Das nächste Set hier für jetzt 80 Dollar ist das In Arishims Shadow Set mit 493 Teilen. Wenn das 80 Euro bei uns kostet, ist es wahnsinnig teuer. Gut, es ist ein Roboter, deshalb sind hier größere Teile mit dabei. Aber dennoch muss ich sagen, mal schauen. Wir müssen die auch OVP von Lego offiziell dann hier abwarten. Jedenfalls sind hier vier Figuren mit dabei. Bei Ajak, Kingo, Icarus und Xerzi. Und dann halt nochmal diese große Figur hier mit dem Leuchtstein vorne nochmal dran. Der nennt sich dann wohl Celestial. Also Celestial, das war ja dieser Typ aus Guardians of the Galaxy Teil 2. Wer das jetzt hier ist, werden wir wie gesagt auch dann im Film erfahren. Das größte Set und vielleicht auch das interessanteste Set ist dann hier Rise of the Domo. Herzliche Grüße an den Lüfter, den berühmten. Hier sind 1060 Teile mit dabei. 120 Dollar UVP. Icarus, Makari, Sena, Xerzi, Druig, Pastos und zwei Deviants sind hier mit dabei. Alles klar, dieses Dreieck, was ihr jetzt seht. Also das Schiff, es sieht absolut genial aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr könnt da die Minifiguren reinsetzen. Ihr könnt das Ding aufklappen, dort drinnen dann noch ein bisschen spielen. Sieht bis jetzt sehr, sehr seltsam aus. Das sieht mir bei mir persönlich aber immer bei den Marvel-Sets, die zu irgendwelchen neuen Filmen herauskommen, aus. Deshalb werde ich hier erstmal ganz ruhig bim bam baumeln lassen. Und wenn ich den Film dann gesehen habe, ist es bei mir oft so, dass ich dann den Hype bekomme und die Sets unbedingt haben will. Weil man dann halt weiß, worum es genau geht und sie dann eigentlich doch ganz nett sind. Weiter geht es mit News zu Lego Star Wars. Da haben wir ja vor einiger Zeit uns darüber lustig gemacht, dass das Imperial Shuttle demnächst erscheint. Für 80 Euro wird es uns im März 2021 erwarten. Überraschung ist hier jetzt tatsächlich, dass das Imperial Shuttle nicht mit einem blauen Lichtschwert ausgeliefert wird. Das ist in der Anleitung zu sehen, ist aber jetzt dann nicht mehr in dem tatsächlichen Set drin. Es gibt erste Bilder vom Karton des Sets selber und dort hat Luke dann ein grünes Lichtschwert. Was jetzt tatsächlich in der Verpackung dann drin sein wird. Vielleicht ist es ein liederndes Lichtschwert. Wir wissen es nicht. Es bleibt weiterhin spannend. Jedenfalls das Boxart haben sie geändert und das Set erwartet uns dann auch ganz bald. Mal schauen, was es so zu bieten hat. Und dann die News, auf die wir uns alle gefreut haben. Endlich sind die Lego in den Yago City Gardens vorgestellt. Also zumindest inoffiziell hier diese Fotos von Brickset. Wie gesagt, von einem offiziellen Katalog. Da könnt ihr erstmal oben in der Ecke sehen, dass das ganze Ding am 14. Januar hier vorverkauft wird für VIPs. Ich rechne sehr stark damit, dass es auch bei uns in Deutschland so sein wird und dass es dann halt dann auch verkauft wird. Das Ding wird wahrscheinlich 300 Euro UVP haben bzw. 299,99 Euro mit 19% Mehrwertsteuer inklusive. Über 5000 Teile mit dabei. Das ist eine Ansage, das dauert ewig zu bauen. Und ja, dann haben wir hier dieses Eckgebäude, was sich natürlich mit den anderen beiden Ninjago Modulars verbinden lässt. Wir haben Gardens so ein Stück weit mit dabei. Da ist so ein Baum, der sich halt von unten nach oben durchzieht. Hier auch weiter unten der Fluss, den wir aus den anderen Modulars kennen. Finde ich wunderschön. Ich bin auch froh, dass es jetzt nicht so viele Gardens sind, auch wenn es natürlich jetzt eigentlich Garden heißt. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Da geht es dann nach oben. Da haben wir wieder diese Straße mit den einzelnen Straßenschildern, wie halt auch in der Ninjago City im Großformat. Oben dann so ein bisschen eine Einkerbung. Das war bei der Ninjago City eigentlich so ein rundes Teil. Oben sind dann nochmal verschiedene Bäume mit drauf. Und daneben so ein spitzer Turm mit türkisen Teilen. Wenn ich mich jetzt richtig versehe, 73 Zentimeter ist das Ding hoch. Das ist so hoch wie der Turm von Ortenk. Das ist krass. Das ist echt sehr, sehr krass. Das ist ein absolut massives Teil. Ich freue mich darauf, das zu bauen. Vor allen Dingen, weil es halt auch so eine riesen Abwechslung ist. Alleine hier mal kurz in die einzelnen Räume hineingeblickt. Da haben wir zum Beispiel eine Ninja Zone, wo man dann halt irgendwie Computerspiele spielen kann oder sowas. Ice Planet, Ice Cream Shop. Und dann geht es noch weiter hier mit den ganzen Minifiguren. Erstmal hier zwei Räumen. Ninjago Museum of History. Passt natürlich zum zehnjährigen Anniversary, wo die die Idee von Museum her haben. Das ist mir immer noch schleierhaft. Dann gibt es hier Chens Nudel House. Auch eine coole Sache. Vielleicht wird dann irgendwie ein neues Nudelteil eingeführt oder sowas. Und dann noch ein Ninjago Fan Apartment. Haben wir auch beim letzten Mal gesehen. Hier ist jetzt sogar eine Ninjago Bettdecke. Nicht schlecht. Das Coole hier dran ist, dass hier tatsächlich auch eine Limited Figur... Okay, Limited ist vielleicht nicht, aber so eine Ten Years Anniversary Figur drin ist von Meister Wu. Bedeutet, wenn ihr die komplette Anniversary Line haben wollt, dann müsst ihr euch auch dieses Set kaufen. Viele andere Figuren sind auch noch mit dabei. Dürfen, denke ich mal, einige exklusiv sein. Für mich jetzt hier Highlight Scoop. Sieht so ein bisschen aus wie ein Teenage Dark Trooper von Star Wars. Urban Cole sieht auch ganz cool aus. Und ja, die restlichen Figuren sind jetzt nicht krass für mich, weil ich kein riesiger Ninjago Experte bin und auch nicht so ganz da drin bin. Aber das Gebäude ist für mich hier der Hingucker. Ich habe auch schon ein Review zu den Ninjago, zum Ninjago City, zu Ninjago City gemacht. Der Hafen wird, denke ich mal, auch ganz bald noch im Review folgen. Und dann auch natürlich dieses Set auf diesem Kanal. Das heißt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und vor allem habt eine wundervolle Zeit hier noch das Review, der Ninjago City verlinkt. Bis dahin und ciao, ciao.